Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 8 Zimmer Einfamilienhaus befindet sich in Vellbert. Das im Jahr 1974 erbaute 2 Etagenhaus wurde 2010 saniert. Es hat 6 Schlafzimmer und 3 Badezimmer. Für angenehme Stunden sorgt ein Kamin. Das Gebäude ist luxuriös ausgestattet. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 922 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 252 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 395.000 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.